So Leute, ich habe nochmal hier ein kurzes Infovideo für euch. Ihr könnt einen gratis Gleiter freischalten. Ich habe das hier eigentlich gerade vor Just for Fun gemacht und ich wusste nicht, dass man das direkt bekommt. Wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt zeigen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr sehr freuen. Also, wir drücken mal hier direkt als, also ausrüsten. Okay, und einlösen. Haben wir jetzt, wir haben einfach den Gleiter bekommen und er fliegt hier rum. Kann man die Geschenke jetzt hier alle einlösen oder wie? Hä, wartet mal. Man kann alle Geschenke einlösen? Ne, komme jeden Tag ins Spiel, um ein neues Geschenk zu öffnen. Ach krass, wir bekommen nochmal extra 14 gratis Items zu den 14 Items, die wir schon haben oder wie? Hä, krass. Ich habe jetzt hier den gratis Gleiter bekommen. Okay, wie findet ihr das Ganze? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Krass, ich habe jetzt so das größte Geschenk, glaube ich, ausgepackt. Ja, okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie findet ihr den Gleiter, Leute? Also für gratis, animiert, Star Wars? Finde ich heftig. Schreibt es eurem einen dazu in die Kommentare. Wie gesagt, es geht einfach, indem ihr hier in die Lodge geht. Und dann befindet sich der Gleiter hier. Ganz genau hier. Seht ihr ihn hier noch verpackt, oder? Ne, was ist das jetzt hier? Okay, das ist was anderes, aber hier war auf jeden Fall der Gleiter. Krass, er fliegt auch gerade hier so rum. Er war hier eingepackt und ich dachte mir nur so, ja komm, drücke ich mal auf einlösen, mal gucken, was rauskommt. Und ihr bekommt einfach so einen gratis Gleiter. Ich denke mal, wenn ihr irgendwas anderes auspackt, werdet ihr irgendein anderes Item bekommen. Schreibt es mal in die Kommentare, was man da noch so bekommt. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag auch dazu ein Video machen. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, das war es mit einem kurzen Infovideo.